Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zur vierten Quest in Apex Legends Season 5. Ich bin gespannt, wie schwer die Mission diesmal wird. Oh Gott, wen nehmen wir? Kommen wir in den Lifeline. Octane und Pathfinder, meine Mainz sind gesperrt. Wir haben eine Mosambik, eine P20 und ein goldenen Rucksack und ein goldenes Body. Oh, das ist interessant. Klingt nach einer deutlich schwereren Mission. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich glaube, wie heißt die Mission? Octane High? High Octane? Irgend so was? So, ich muss auf jeden Fall gleich auf die Suche nach anderen Waffen gehen. Das ist schon mal Fakt. P20 und Mosambik. Nicht gerade die geilsten Waffen. Und gerne wie immer in den Kommentaren euch auslassen, wie ihr die Quest findet. Wo sind wir in den Slums? Oh, das wird interessant. Oh, das ist ja alles zu. Interessant. Oben ist eine Kiste. Schreibe ich nicht so an. Oh, das ist ja alles zu. Oh, das ist ja alles zu. Oh. Oh. Oh, das war jetzt mehr Glück als Verstand. Oh, katapultiert mich gleich in die nächste Richtung. Die richtige Richtung meine ich. Erstmal heilen. Auf. Gut, das ist nice. Ich habe eine 301 gefunden. Stopp. Noch mal zurück. Oh, wie schlecht man diese Dinger sieht, ey. Okay. Komm, lauf. Oh, schwere Munition habe ich nicht viel, auch wenn man auf den Teufel spricht. Das ist ja witzig. Oh, da wollte ich aber nicht hin. Das ist echt mega. Nein, stopp. Oh, ich und diese scheiß Jump-Heads. Wo muss ich hin? Oh Gott, oh Gott, ich habe Angst. Ja, das war ja die perfekte Landung. Juhu. Juhu. Oh, die Mission ist geil. Die Mission ist der absolute Wahnsinn. Also mein absoluter Favorite bis jetzt. Ohne Scheiß. Mega, mega, geil. Holla. Also ohne die Zip-Line wäre das da unten ganz, ganz spannend gewesen. Mit Sicherheit. So, wir werden garantiert wieder irgendeinen Diamanten kriegen. Ich sage jetzt in hellblau. Als Anhänger. Talisman. Ah, mega. So, zeig her. Ah, ich habe sogar recht. Wie geil ist das denn? So, das ist das nächste Artefakt. Das ist Story, das wollen wir nicht angucken. Okay, okay, okay. Also wer mein Spoiler-Video schon gesehen hat, der weiß was hier abgeht. Dazu später mehr, wenn es dann irgendwann mal soweit ist und wir alle neuen Quests haben. Das soll es schon wieder gewesen sein. Lasst euch in den Kommentaren aus, wie ihr die Quest fandet. Mein absoluter Favorite von allen Vieren bis jetzt. Den Video einen Daumen nach oben da lassen. Aber wenn ihr neu seid, wie immer, würde ich mich sehr drüber freuen. Und spätestens zur nächsten Quest Nummer 5, nächste Woche Dienstag, hören und sehen wir uns wieder. Wahrscheinlich bei mir Mittwoch. Wir werden sehen. Viel Spaß. Haut rein.